Der Meeresspiegel steigt noch stärker als vermutet und zwar noch stärker als die gestiegenen Prognosen des Weltklimarates. Denn eine aktuelle Studie aus Grönland konnte noch gar nicht berücksichtigt werden beim neuen Report zum Anstieg des Meeresspiegels. Denn dort gibt es jetzt einen Kipppunkt, der den Abfluss von Schmelzwasser in den Atlantik nochmal deutlich beschleunigt. Clixoom Nature gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich Willkommen! Dass es diese Kipppunkte geben wird, an denen sich der Klimawandel automatisch beschleunigen wird, das sagen Forschende schon seit Jahren voraus. Doch eigentlich waren sie so früh nicht erwartet worden. Das Auftauen der Permafrostböden ist so ein Beispiel. Für etwa 2090 erwartet hat das große Tauen jetzt schon begonnen und damit gelangen riesige zusätzliche Mengen Treibhausgas in die Atmosphäre. Und jetzt hat ein Forschungsteam einen weiteren Kipppunkt entdeckt und der befördert nicht mehr Klimagas in die Atmosphäre, sondern mehr Schmelzwasser in den Atlantik. Ein Kipppunkt, mit dem so niemand gerechnet hat und der Böses ahnen lässt. Jedes Jahr verliert Grönland jetzt bereits Unmengen Schmelzwasser. Dieses Jahr waren es 329 Gigatonnen und 2018 waren es sogar 458 Gigatonnen Eis. Geht es so weiter, werden diese Eismengen für einen Anstieg des Meeresspiegels von weltweit zwischen 5 und 33 Zentimetern bis zum Jahr 2100 verantwortlich sein. Aber die sind schon in dem prognostizierten stärkeren Anstieg des Meeresspiegels eingerechnet. Und jetzt hat eine Forschungsgruppe einen zusätzlichen Effekt gefunden, der die Schmelze deutlich beschleunigen könnte. Der Effekt ist eine Folge der immer größeren Wassermassen, die in Grönland jedes Jahr im Sommer abschmelzen. Bisher wurden sie vom Untergrund aufgesogen zu einem erheblichen Teil. Der besteht zum einen aus einer etwa einen Meter dicken Schneeschicht von frisch gefallenem Schnee. Darunter liegt eine ähnlich lockere und luftige Schicht Firn, auch noch nicht fester Schnee, der aber älter ist. Er reicht bis zu 100 Meter tief und wird auf dem Weg dorthin immer dichter, bis ab dieser Grenze also 100 Metern das tatsächliche Eis beginnt. Bisher ist immer so wenig Wasser abgeschmolzen und nach unten gesickert, sodass Firn und Schneeschicht nicht zugesetzt wurden und weiter Wasser aufnehmen konnten. Taut die Oberfläche jedoch schneller fließen so große Mengen Wasser in den bis dahin noch lockeren Schnee, sodass er sich zusetzt und das Wasser schon in geringer Tiefe so viel wird, dass es gefriert und alles zusetzt. Der poröse und aufnahmefähige Firn ist damit nicht mehr zugänglich und das Schmelzwasser kann nicht mehr versickern. Stattdessen bildet es Schmelzteiche und Flüsse und fließt ins Meer ab. Und dieser Effekt wird sich wohl in den nächsten Jahren verstärken, denn es wird immer wärmer. Eigentlich ist es am höchsten Punkt des Eisschildes Grönlands immer unter 0 Grad kalt, in diesem Sommer waren es aber mehrere Tage lang über 0 Grad warm. Das wurde an der dortigen Forschungsstation Summit gemessen. Aus Bohrkernen in das ewige Eis, dort weiß man, dass das nur 10 Mal in den letzten 2000 Jahren der Fall war. Das sind keine guten Aussichten. Das Forschungsteam geht davon aus, dass dieser Effekt zu einem verstärkten Anstieg des Meeresspiegels von 0,7 bis zu 7,4 Zentimetern bis zum Jahr 2100 führen kann. Das kommt also nochmal zu dem stärkeren Anstieg des Meeresspiegels dazu, den der Weltklimarat jetzt prognostiziert hat. Da musste sich der Weltklimarat ja schon deutlich korrigieren. Weltklimarat hat sich geirrt. Klimawandel entwickelt sich anders. Also hier das Video anklicken, anschauen und mehr über die deutlich heftigere Entwicklung des Klimawandels erfahren, als bisher prognostiziert war. Und natürlich diesen Kanal hier klickst du um Nature abonnieren, kostet ja nix und die Glocke aktivieren. Bis dann, bleibt dran.